Im nächsten Beitrag geht es um Kassensysteme für Gastronomie, Hotellerie und für den Handel. Die Firma Eichhorn aus Wels ist der Spezialist und wir besuchten mit dieser Firma einige Stamm- und Neukunden. Ein Mann, ein Auftrag. Der Name Werner Eichhorn ist in der Gastronomie- und Hotelbranche längst zum Begriff geworden. Wenn innovative Software und hochmoderne Kassensysteme benötigt werden, ist der Welser zur Stelle. Herr Eichhorn, seit wann sind Sie im Computerkassengeschäft und was hat Sie dazu bewogen, auf diese Branche umzusteigen? Unsere Firma besteht jetzt seit 10 Jahren, wir haben heuer 10-Jähriges Jubiläum und eigentlich habe ich das Glück gehabt, dass ich aus meinem Hobby, den Computer, das ist schon seit 1986, betreibe, einen Beruf und auch meine Firma zu machen. Seit vielen Jahren bietet der Vollbluttechniker Lösungen an, die Arbeitsabläufe vereinfachen und damit helfen, Zeit zu sparen. Denn das sei, so Eichhorn, ein wichtiger Faktor. Die Kunden profitieren vom großen Know-how Werner Eichhorns. Mittlerweile bietet der Welser alle nur denkbaren EDV-Dienstleistungen, wie etwa die Beratung bei Neuanschaffung von Hardware, Installation und Service, Reparaturen, Webdesign und interne und externe Datensicherung an. Tatkräftig unterstützt wird er dabei von seiner Tochter Sandra Eichhorn. Ich fahre zu den Kunden, installiere dort Kassen oder PCs, mache Einschulungen und Nachschulungen und helfe immer, wenn es ein Problem gibt. Die Kunden von Werner Eichhorn möchten seine Dienste nicht mehr missen. Denn gerade bei allfälligen Problemen zeigt sich die Schlagkraft eines Servicebetriebers. Klappt einmal etwas nicht so ganz, wie es sollte, heißt die Devise, Anruf genügt und ein Mitglied des Teams ist zur Stelle. Der Herr Eichhorn ist ein extrem kompetenter Partner. Es ist wunderbar, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist immer für uns da. Sobald es irgendwo Happert, Kleinigkeiten gibt, er ist der richtige Mann dafür. Vorweg habe ich schon mal ein Computersystem von einer anderen Firma gehabt. Ich habe mich in den Stich gelassen und seitdem hat mir der Werner dieses Problem gelöst. Und seitdem ist er für uns der Haus- und Hof-Elektroniker. Also Sie sind total zufrieden mit Eichhorns Produkten? Eigentlich muss ich sagen, ich bin überaus zufrieden, weil es gibt ja kaum Leute, die solche Probleme, die wir gehabt haben, noch lösen. Sonst hätte es wirklich, wirklich viel Geld gekostet. Die viel zitierte Mundpropaganda durch zufriedene Kunden war ein weiterer Faktor für den Erfolg, wie Wolfgang Schmöller, Chef des traditionsreichen Welser Hotels Greif, schildert. Wir sind auf die Firma Eichhorn insofern gekommen, weil ich an und für sich rund um Wels schon mitbekommen habe, dass an und für sich diese Firma eigentlich Nummer 1 ist bei der Order Mains. Und insofern habe ich dann eigentlich über einen Schild von der Firma Eichhorns die Handynummer ergattert. Dann hat man angerufen und so hat er mir das vorgestellt. Und seitdem arbeitet man jetzt circa seit vier Monaten sehr erfolgreich damit. Kann man es an und für sich ohne dem gar nicht mehr vorstellen. Bei Werner Eichhorn ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Eben ganz nach der Devise, ein Mann, ein Auftrag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017